ZERO Sixpack Flemley Wow Los Shiggy Geh du rein Shiggy klärt Bringt gar nichts Blubber Bringt gar nichts Und Tackle ist weg Oh und Tackle ist weg Alter Schwede was hat das Was zur Hölle War das jetzt Wasser ist unfair Sixpack aber auch Ha brutal So Ich hab keine Tränke mehr Super Oh was ist das denn Wartet Ich guck was da oben ist Ne 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 so leicht kommt ihr mir nicht davon Pokéball Komm her Taubstie Oh geil Wenn's die Kratzer überlebt ist es meins Los Los Da komm schon Da komm schon Was Okay du stehst auf meiner Liste Noobs weg Dummes Taubstie ey Oh Dich kann immer noch keiner leiden Außer Smetbos Smetbos Cool Ein depressives Smetbo War das geil So Was hast du denn zu sagen Pokéball Bekomm ich Bekomm ich Ein wenig Whisky Nein Oh die Musik ist so laut Boah Ich hasse meinen perversen Kollegen Kann ich verstehen Ich find perverse Kollegen auch nicht so cool So Guck mal was ist aber der da Ach da versteinerte Items Ja auch in der Prähistorie gab es bereits Tränke Ja Auch damals schon Wie heute Weiß Pokésutra ist schon cool Schön Oh Taubstie Komm Tschüss Tschüss Blödes Fliegermützen Taubstie Yeah Stufe 9 Sauber Oh ja klar Radfrattstufe 2 Komm Tackle ist weg One hit Maike findet Trank Sehr gut Du hast mich schnell angeschaut Lass uns kämpfen Ich meinte Ha Ich hab mich in der Ecke versteckt Und du hast mich nicht gesehen Hohohoho Wir Camper haben es einfach drauf Jetzt bist du Fällig Camper schickt Radfratz in den Kampf Immerhin kein Sniper Radfratz Boah So Komm Hey Wieso setzt du auch huck zuck ihm ein Das war meine Taktik Wow Und tschüss So 74 EP Kein Level Up Nö 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 Ich bleib bei Visor Was Nochmal Wenn ich nochmal wüsste Was das überhaupt nochmal macht Oh Meine Verteidigung sinkt Du bist jetzt eh weg Oh Oder ich Äh Tausch Danke Komm Komm Schicki Klär mal Was Oua Böses Radfratz Oua Böses Radfratz Aua Okay ein bisschen was So Das ist kein Ego-Shooter Seiner Pokémon Außerdem ist ein Camper bei beiden Unbeliebt Fände ich jetzt auch ganz schön gemein Oh Noch ein Pokéball Nein Ich suche jetzt nicht mal nach Taubsee Oh Cool Hahaha Du warst mal so cool Fliegermützen Taubsee Hoppla Hab mich dezent verdrückt Hmm Okay Aua Nein Nicht du schon wieder Komm Gib mir nicht auf Gib mir nicht auf den Sack Nein Taubsee Auch dich will ich nicht haben Tackle Bringt dir nichts wenn du nach dem Tackle weg bist Ohoho Na Oh man oh man So Oh da wartet nochmal ein Trainer Das heißt Ich bin so klug Mit K L U K Und setz den Trank ein Nachdem ich Fliegermützen Taubsee ignoriert hab Ey ich war doch im Gras versteckt Ich hab mein neues Pokémon in den Mediamarkt gekauft Bin doch nicht blöd Was zur Hölle Streber steckt Scheiße Scheiße Ist das bescheuert Was ist das denn was du hier hast Ich hab mein neues Jetzt kam nicht mehr klar Ich hab mein neues Gehen Aber Keine Die 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 Stimmt, du bist nicht blöd oder dumm, weil's das Viech bei Ebay günstiger gibt. Äh, ja, den wollte ich jetzt nicht nochmal anklicken in Dialog, aber okay. Was ist das denn? Yeah, ein Blumenbeet. Aber das letzte Mal, als ich hier Bären angebaut habe, wurden sie von irgendjemandem gestohlen. Oder irgendwem. Oh, ja. Oh Mann, ist das gemein. Ja, fiese Leute gibt's. Was haben wir denn hier? Route 1. Fetia City. Hey Michael, schön dich zu sehen. Ich hab gehört, das Team Schockett. Hier, als er eine Basis hat. Vielleicht findest du hier die Pokémon und das E von Professor Eich. Darf ich dir helfen? Klar. Klar, aber wie willst du das anstellen ohne Pokémon? Wie bist du überhaupt ohne Pokémon hierher gekommen? Der junge Knoblauchheim hat mich durchgelassen, weil ich das beste Pokémon aller Zeiten habe. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Äh... Komm, Panzerschutz. Und ich geb' ihm nochmal'n Trank. Ich hab' Angst, dass mir jetzt Shiggy noch stirbt. So, komm'n Blubbers weg. Bäm! Hast Angst schreien? Oh, ich bin hier nur noch am Übersteuern, glaub' ich, weil ich einfach nicht mehr kann. Shiggy hat 35 EP. Vielleicht ist es regnet doch nicht stark genug, um Team Schockett eine Lektion zu verpassen. Oh, Mann. Fetia City. Oh, Leute. Ich will mein Pokémon Center. Komm. Ah, danke. Das ist doch's Pokémon Center. Meeresforschungslabor. Natürlich. Sonderbonbon. Geil. Äh... Der, wo das liest, ist doof. Oder doff, eigentlich. Der. Der, wo das liest, ist doff. Hallo. Soll ich deine Pokémon heilen? Nein. Auf Wiedersehen. Boah, ho, 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 ho. Komm, heil mal. Bitte gib uns deine Pokémon. Hier, deine Pokémon sind wieder topfit. Danke. So. Oh, Mann. Also, das war ein interessanter Part zu Pokémon Feuergrün. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal den Daumen nach oben meschen. Ho, 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 ho. Grüße. Euer Hedgehog. Euer Hedgehog. Untertitelung des ZDF für funk, 2017